So, 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 hallo und willkommen zurück zu Let's Play Darkseid. Sie haben letztes Jahr mit einer Menge, 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 Menge Hintergrunds-Story erfahren. Haben die Maske der Schatten bekommen, die unsere lustigen Leute die Augen und wir sollen jetzt den schwarzen Hammer aufsuchen und die Bruststücke der Armageddonklinge holen. Und hier kommen wir übrigens, glaube ich, nach Eden. Kommen wir hier nach Eden zurück? Hier kommen wir nach Eden zurück, ne? Jo, hier kommen wir. So, erstmal nach Eden zurück. Das war Fail, das hätte ich nicht tun sollen. Naja, egal. Soviel zum Thema, ja, wir kommen nie wieder nach Eden zurück, ne? Ich lade mal das Gegenteil demonstriert. Wenn das überhaupt der Weg nach Eden ist, doch ich denke schon. Wo soll das sonst hinführen? Zum Turm könnte es auch führen. Ich weiß es nicht, ich schaue doch mal nach. Interessiert mich jetzt selbst. Aber ich glaube, es führt nach Eden, ja, es führt nach Eden. Alles soviel zum Problem. Ja, wir kommen nie wieder zurück, ne? Und so. Du Lüge, oah. Soll ich nennen die Kisten mit? Weil ich glaube nicht, dass ich hier nochmal herkommen werde. Und ja. Geh mal wieder zurück. So kann man auch mal zwei oder drei Minuten eines Parts verschwinden. Dem einfach mal... nichts tut. Ist doch schön, ist einfach mal... schön, einfach mal nichts tut. Sollte man viel öfter machen. Ich war ehrlich, das ist sogar ein gut gemeintes Rad. Einfach mal nichts tun. Ich weiß, der Alter erlaubt das nicht immer. Aber wenn man mal Zeit hat, einfach mal nichts. Gar nichts. Das ist echt... Einfach nur toll. Und ich rede schon wieder Blödsinn. Lass uns da durchgehen. Und... Dann gehen wir mal zu... Ultan. Heißt der Ultan? Ja, doch. Ultan, ne? Ja, doch. Schon. Ah, da vorne haben wir schon eine Armageddon-Klingeteile. Dings, wumms. Gdöns. Hi. Giftad-Cheat. Norm. Buchstück der Armageddon-Klinge. Das ist schön. Das ist schön. Ah, okay. I understand. So, jetzt kommen wir nämlich hier jede Zeit hoch. Ah, okay. Hab ich verstanden. So, und jetzt möchte ich eigentlich in ein... Dingens. Na? Komm, sag's mir. Sag's mir. Wie heißt's? In ein Schlangenloch. Danke. Und möchte... Zu Ultan. Worüber der war. Oh, warte, Ultan noch mal. Äh... Na, komm. Na, komm. Samael. Ne, Samael heißt er nicht. Wie heißt er? Vulgrim. Samael. Fast. So, ich wollte mir die Heimsuche. Ach, du Heilige. Wie viel kostet das? Oh, du Heilige, ne? Das ist da noch ein bisschen, bis wir uns die letzte Heimsuche holen können. Ähm... Ich möchte in... Ambusfurt? Ambusfurt? Ambusfurt. Klingt irgendwie nach Ultan. Ich weiß auch nicht. So, Ambus, Schmieden und so, ne? Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist. Schauen wir mal nach. Hat so wieder geleckt. Das liegt wie immer am Spiel. Es tut mir leid, aber was will ich noch machen? Moment mal. Einen Moment. Wo geht's denn hier hin? Wo geht's denn hier hin? Ja, wo geht's denn hier hin? Hier ist doch wohl nicht ein Herzteil versteckt. Ne, ein paar ein Stück an Teile. Ja, aber sowas. Wie kommt's denn dazu? Das hatte ich überhaupt nicht mehr verschirfen. Okay. Why not? Und schwoop. Und schwoop. Nein! Äh, fair. Fair. So, wo bin ich jetzt? Wie bin ich denn jetzt? Äh, wo komme ich hierher? Wo muss ich hin? Von da komme ich hierher. Okay. Gut. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Null. Okay. Gibt's bei so langen Gefahrt einfach mal ein Sonntagstück. Das ist schön. Ich freu mir. So, und jetzt sind wir hier willig. Die letzte Schlacht besteht ja. Äh, ich möchte lokal. War das hier? Kam ich hier zu Ultan? Ich weiß es nicht mehr. Dann. Doch, ich denke aber schon, oder? Doch. Na klar. Klar. Na klar. Jetzt stellt sich nur die Frage, wo geradeaus wahrscheinlich, ja. Ultan! Ich komme nicht besuchen. Hab Kuchen mitgebracht. Schwupp. Ich hab mal schön angeklopft. Jetzt hab ich mir das Auto so hingelegt, dass ich erstmal wieder wegräumen muss. Das ist toll. Und ich hab irgendwelche Vögel getötet. Hahaha. Wunderschön. Wunderschön. Ah, voll gegen die Wand gedasht. Doch, das muss doch wehtun, wenn ich jetzt mal ehrlich. So ein Volker nach und gegen die Wand. Dich wiederzusehen, Reiter. Ja, schön, auch dich wiederzusehen, altes Haus. Na, was geht? Kollegah. Skaten. Ich kenne die Wahrheit. Engel mit Ambitionen haben uns anderen schon immer Probleme bereitet. Aber Don ist der Zerstörer. Die Schmiede gehört dir, Reiter. Du hast sie bereits geschmiedet. Die Armageddon-Klinge. Sie ist zerstört. Du kannst sie neu schmieden, wenn ich dir die Bruchstücke bringe. Aber sie sind zerstreut. Verloren. Triff die Vorbereitungen. Ich werde sie dir bringen. Komm wieder, wenn du alle Teile hast. Hm, der klingt ja so ein bisschen depressiv. Was ist los mit dir? Cheer up, Kollege. Mann. War nicht so ein langes Gesicht. Naja. Gut. Dann machen wir uns mal auf. Teile suche, ne? Das kann ja nur minimal dauern. Puh, das geht. Ernsthaft jetzt. Vogel, komm her. Ich ruf dich. Sehr schön. Vogel, komm her. Und du auch? Das macht Spaß. Ah, schön. So, hier gab's Kissen. Irgendwo. Wurde ich hier wieder weggehen? Nö. Das ist schön. Schaue ich mich jetzt immer mal ein bisschen um. Wobei, sehe ich jetzt schon alle Kisten auf der Map? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe das jetzt schon? Ich glaube, das sehe ich jetzt noch nicht mal, oder? Komme ich da noch ein Item dafür, oder was? Mann, ich weiß nichts mehr von diesen Spielen. Das ist echt schlimm. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal da hin. Blub. Fangen links unten an. Und arbeiten uns der Reihe nach durch mit den Teilen. Das wird ein Spaß. Oh ja, ich freue mich jetzt schon Schnitzel. Das ist wie oft ich mir ein Schnitzel freue, ne? Langsam müsste ich eine ganz tiefkühle Truhe voll haben. Oh, hier geht's hoch. Oh, interessant. Irgendwo wieder eine Kiste zufällig, die ich übersehen könnte. Oh, schöne Musik. Echt coole Musik. Yay, bieb mich hoch, Scotty. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Aha. 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 Hat's Teil. Das ist schön. Norm. Nehmeich. So, und jetzt. Kann ich doch bestimmt. Ja. Halt an, Krieg. All dann. All dann. Drehst dich jetzt rum. Wie gesagt, du drehst dich jetzt rum. Das war fail. Das war fail. Fail. Das war fail. Habe ich schon mal, wenn das ist fail war? Na, aber hier oben gab's doch auch irgendwo noch was. Moment, wo war das? Wo war das? Es gibt genau hier gab's irgendwo noch so ein Ding. Ah. Wo war das? Verdammt. Ich weiß genau, dass hier irgendwo was war. Gula oben lauert jemand auf uns. Ach Gott, wo war das? War das im anderen Gebäude? Irgendwo war so ein Schatten-Dings. Das weiß ich noch. Ach, jetzt nerv dich mit deinem komischen Fanghaken, ne? Ach Gott, wo war das? Es war doch hier. Ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Es war aber weiter oben, oder? Oder war es auf der anderen Seite weiter oben? Ich weiß es nicht mehr. Suchen. Und finden. Hier war es nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Unter Wasser ist es auch nicht. Auf jeden Fall ist klar. Vielleicht komme ich unter Wasser in das andere Gebäude rein. Moment. Einen Moment. Ja, komme ich sogar. So, wusch, wusch. Das bringt mir nichts. Ich weiß, hier war irgendwo was. Wo war das? Verdammt. Was? Ist es auf der Karte? Nein. Doch, hier ist was. Natürlich. Hm. Es ist gerade dem Gebäude, wo ich jetzt bin. Genau. Und einfach hier oben drauf. Nur die Frage ist, wie komme ich nach oben? Äh, wenn... Was ist echt die Frage, ne? Wie komme ich noch weiter hoch? Ich weiß, es ging irgendwo weiter hoch. Nur wo war das? Verdammt. So, was darf ich mich mal extrem entspielen. Wenn ich weiß, da ist was. Und ich weiß nicht, wie ich rankomme. Habe ich da, wenn du mit dem Ding... Nee, das ist weit weg. Hä? Okay, wie lösen wir das Problem? Wie lösen wir das Problem? Verdammt. Da oben müsste ich ran. Ah, Moment. Moment. Mit dem Fanghaken. Natürlich. Mit dem Fanghaken. Komm her. So. Jetzt gehen wir nämlich da hoch und dann machen wir... Geht das nicht? Es reicht nicht? Really? Ach komm, ernsthaft? Ach komm, das ist doch so knapp. Okay, das muss irgendwie anders gehen. Ey, what? Oh, das wird ein Spaß, diese Teile suchen. Oh, wird das ein Spaß. Gut, dann gehen wir halt komplett aus. Rom, Hai, Gegner. Na? Was gibt bei euch? Ich habe mich schon lange nicht mehr gesehen. Bisschen Battle hier. Ja, mit der Ausnahme, wo ich hier gemacht habe, auch kein einziges Mal gebattelt, glaube ich, oder? Also doch gegen mich selbst, gegen meinen eigenen Schatten. Habe ich gebattelt, aber sonst? Komm her! Du ekelhaft, ey, ich mach nicht glatt. Ha! Ha! Oh yeah. So, da oben wartet auch Gesellschaft auf uns. Ja, ich glaub, die Gesellschaft da oben ignorieren wir mal gekonnt, weil das ist so ein fetter und... da hab ich keinen Bock drauf. Wenn ich ehrlich bin... ...hab ich da keinen Bock drauf. Die lassen wir auch mal beiseite liegen. So, dann muss es ja von hier oben irgendwo sein, weil dann was anderes ist schwachsinnig. Du fragst dich wieder wie, ne? Das ist echt die Frage. Wie komm ich denn da hoch? Verdammt nochmal. Oba! Ich bin natürlich wieder hier rüber. Ähm. Jetzt wüsst du, wie ich Schwung hol? So hole ich Schwung. Hä? Kann ich das nicht irgendwie drehen, das Ding? Nö, gar nicht, nicht. Say what? Moment mal. Ja, da oben ist das Buchstückteil. Nur wie komm ich da hoch? Oh. Okay, das hat schon mal geklappt. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Ganz bestimmt war das so geplant. Ey, wo kann ich denn jetzt dahin? Nein. Oh Mann. Wie komm ich da rein? Oh Mann. Moment mal, komm ich da vielleicht rein? Da hab ich noch gar nicht geschaut, ne? Auf der anderen Seite von dem Dings. Doch, da hab ich geschaut. Da hab ich geschaut. Oh Mann. Das nervt. Mal ehrlich. Was soll das? Wieso? Und was? Hä? Jetzt geht's? Seems legit. Seems legit. Ich hab das nur wie oft probiert. 20.000 Mal? Kommt hin. Okay. Random shit. Ja, mein Buchstück der Amageddon klingelt. Das ist schön. Ja, what the fucking hell. Das war random. Das war aber sowas von random. Wow. 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 Aber wow. Okay. Na gut, Freunde. Da würde ich aber sagen. An dieser Stelle. Ach, kommt's wohl die noch den Vogel töten. Komm her. Wenn ich erstmal den heutigen Part. Nächsten Teile suchen wir dann in den folgenden Parts. Das war's schon wieder für heute. Es ist unglaublich. Aber das ist leider die Wahrheit. Oh, geh weg von mir. Und ja. Brauche ich eigentlich nicht auf mein Pferd? Ich würde sagen. Man sieht sich dann. Im nächsten Part. Wieder. Also dann. Sei mir verlaufen. Bis dann. Schau, Leute. Au. Au. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Ah. So, ist ein schöner Punkt. Haha, ihr Aussies. Hahaha. So, jetzt aber. Tschüss.